Wir haben die Off-White-Sneaker, die will ich auch noch behalten. Und dieses Jacquemus-Hemd. Wisst's was? Wir packen alles ein. Tera Leute, was geht auf? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, lange hat's gedauert. Jetzt ist es endlich wieder Zeit für einen fetten, fetten Shopping-Stream. Wir waren gestern im Stream unterwegs auf Twitch. Da bin ich jede Woche Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 20 Uhr, also schaltet mal rein. Und haben einiges geshoppt. Das werdet ihr jetzt im Laufe dieses Streams sehen. Vorher noch kleiner Plug. Lang dauert's nicht mehr, Freunde. Nächstes Monat ist es soweit die neue Kollektion von M.A.M. Tabula Rasa. Hier kommen einige zurückhaltende Shirts, die sich vermutlich auch wenden lassen, die man doppelt tragen kann in höchster Qualität. Also was ganz Neues auf diesem Markt, was man so noch nicht gesehen hat, Freunde. Bleibt auf alle Fälle gespannt. Jetzt rede ich nicht mehr lange um den heißen Brei. Viel Spaß mit dem Shopping-Stream. Let's go. Freunde, okay. Also, wer ist schon gespannt. Wir haben heute Shopping-Stream. Ich habe mir ein Budget von 2.000 Euro gesetzt. Das heißt, wir haben 2.000 Euro zur Verfügung. Das ist die oberste Grenze. Ich möchte jetzt nicht unbedingt viel mehr ausgeben als das. Wenn wir aber weniger als das finden, dann werde ich auch keine 2.000 Euro ausgeben. Das heißt, wir werden nicht auf Krampf jetzt irgendwas kaufen. Ich habe diesmal ausnahmsweise schon ein paar Seiten rausgesucht, die ich mir im Vorhinein schon mal angesehen habe, wo es nice Sachen gibt. Habe ich so teilweise auf Instagram gefunden. Das heißt, es sind teilweise auch Seiten dabei, die vielleicht manche von euch noch nicht kennen. Ist auch vieles dabei, mit dem einige vielleicht nicht rechnen mögen. Bei mir verändert sich ja stylmäßig gerade so einiges. Da tut sich vieles. Das heißt, wir sind nicht nur auf Farfetch unterwegs. Wir werden auf Farfetch ein bisschen schauen. Ich habe eine Vintage-Seite, eine richtig nice gefunden. Habe ich mir jetzt auch vor kurzem wieder ein Itadi-Shirt bestellt. Das war gestern, weil ich wollte das Itadi-Shirt haben. Wenn ich immer dachte, wenn es morgen nicht mehr da ist, dann wäre es Arsch. Darum das schon bestellt. Das ziehen wir gleich einmal ab, die 50 Euro. Also nur mehr 1950 Euro zur Verfügung. Und auf HBX werden wir noch reinschauen. Und dann habe ich noch ein paar andere Seiten am Start, die vielleicht, wie gesagt, manche von euch noch nicht kennen. Ich würde sagen, wir fangen mit Vintage an und schauen gleich mal rein. So, let's go vorne. Also, wir beginnen folgendermaßen. Es gibt eine Seite, die nennt sich... Wie heißt denn die nochmal? Steht die da auf meiner Liste? Ich glaube, irgendwie Second... Genau, so heißt die Seite. Second Wave Vintage. Wir werden jetzt aber nicht nur bei Itadi schauen, sondern schauen bei allen Brands. Können da hier, glaube ich, meine Größe. Wir geben jetzt einfach mal L und XL ein. Und haben da ziemlich viele Vintage-Dinge am Start. Gleich mal Dolce & Cabana, Arcterix. Da habe ich mir eine Jacke bestellt. So eine Regenjacke ein bisschen. Also, wenn draußen Wetter Arsch ist, dann habe ich nicht mehr nur die Supreme-Jacke, sondern auch so eine, ich glaube, so olive-grüne Jacke. Die ist aber irgendwie... OPS hat das komplett verkackt und die wieder zurückgeschickt. Aber die wird schon irgendwann ankommen. Okay, Wild Tie-Dye White Tiger Shirt. Die Preise sind auch vollkommen in Ordnung. Also 30... Wie viel sind 30 Pounds? Wahrscheinlich so 39 Euro oder so. Carhartt Destroyed-Jacke. Schaut nicht schlecht aus. Schauen wir noch weiter, was haben wir da als... Gap ist am Start. Patagonia. Harley-Davidson. Also, wer so ein bisschen auf diese Vintage-Harley-Davidson-Shirts steht, hat da die Möglichkeit. Babe gibt es. Auch zu fairen Preisen eigentlich. Wenn wir da schauen, ein Babe-Camo-Shirt. Was sind das? 70 Euro oder so? Geht voll klar. Also kann ich euch empfehlen, die Seite. Da habe ich, wie gesagt, mein Shirt geholt und ein bisschen was gefunden. Das ist wild mit diesem Marlboro-Aufstieg. Oh, Versace-Jacke. In XL. Ich mag den Farbton, finde ich eigentlich nicht schlecht. Yves Saint Laurent. So mit Stitching. Eine Frage. Kaufst du dir heute noch wie angekündigt Tschechien? Ja, ich kaufe heute auch ganz Tschechien. Sollte es sich mit den 2000 Euro ausgehen eigentlich. Joke natürlich. An alle Tschechen unter euch. Tschechien, absolutes Ehrenland. Moncler. Das ist, okay, eine Women's Jacket. Size XL. Fits like a man. Size L. Okay. Wilde Jacke. Für 170 oder was? Schauen wir mal weiter. Was haben wir da noch? Ja, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Mann tragen wird, oder? Ich meine, ich konnte mir auch vor einem Jahr noch nicht vorstellen, dass ein Mann Nageljagd tragen wird. Aber für die Cropped-Fans unter euch. Prada Sportvlies. Ja, Jacke werde ich jetzt keine kaufen. Aber so Zip-Jacke, Versace Classic Zip, finde ich eigentlich nicht schlecht. Babe ist da noch am Start. Wilder Knit. Also wilde Pieces auf jeden Fall. Auch ein wilder Knit. Tommy Hilfiger, ganzen Roses, The North Face. Ich habe vorgestern, wo ich für das Etat-D-Shirt geschaut habe. Okay, das ist nice. So Dodge Denim Jacket. Denim Jacket ist jetzt allgemein. Ich habe mal vor kurzem diese Palm Angels geholt. War nicht jedermanns Sache. Aber ich finde die sehr nice. Und ich finde Jeansjacken kann man auf jeden Fall tragen. Auch wild in Rot. Aber habe ich nicht so Bock. Yves Saint Laurent da wieder. So. Jetzt haben wir schon bald einmal die Hälfte durch. Und da war noch nicht wirklich was dabei, wo ich gesagt hätte, ja, Safe Cop. Supreme Shirt. Wer Bock hat, Freunde, für 50 Euro. Kann man schon mal machen. Wer noch die Supreme Way fährt. Die haben jetzt aber auch eine Jeansjacke rausgebracht. Mit so einem Stitching, wo überall Supreme draufsteht. Finde ich absolut nice. Lieblingsmarke im Moment immer schwierig zu sagen. Ein paar Marken, die feiere ich. Aber ich bin sehr open-minded aktuell. Also ich bin gar nicht so auf den Film, es muss von der und der Marke sein. Sondern wenn mich was anspricht, dann koppe ich es ganz einfach. So wie diese Jacke zum Beispiel. Was sagt sie zu der Chat? Ich finde die eigentlich nicht schlecht. In so einem Creme Weiß. Ist schon mal ganz nice. Werden wir uns mal merken fürs Erste. Jetzt haben wir dann bald mal alles durch. Ich will diese eine Jacke. Da gab es so eine von Burberry und eine von Yves Saint Laurent. Die fand ich sehr nice. Aber ich wollte warten, bis ich den Shopping Stream habe. Damit ich die mit euch koppen kann. Damit ich euch die zeigen kann. Aber wenn ich jetzt natürlich Pech habe, ist die schon weg. Das wäre... Ja, das schaut fast danach aus, gell? Schade. Wenn das weg ist, bin ich angefressen. Ich glaube, die ist fast weg. Scheiße, das wäre nicht nice. Das war schon alles. Die haben nicht mehr als 545 Produkte aktuell drin. Ah, BMW ist ja doch wild. Das wäre nice, oder? Aber das... So ist ganz okay. Aber mit dem Printing da oben, I don't know. Okay. War jetzt nicht wirklich was dabei, gell? Hätte ich vorgestern zuschlagen sollen. Das Einzige... Die vielleicht. Chat, was meinst du dir? Das ist eh nur meine da. Was kostet die? Ich weiß nicht. Ganz, ganz überzeugend würde sie mich auch nicht. I don't know. Zu sehr auf Krampf. Ja, bin ich so begeistert. Die Jacke ist einfach weg, die ich da anfangs wollte. Egal. Komm. So, dann gehen wir direkt weiter. Jetzt kommen ein paar Seiten, die kennen vielleicht noch nicht alle. Schauen wir weiter zu Multiply Personality. Habe ich eh schon mal eingeben. Ja, was meinst du zu diesem Hoodie? Den finde ich eigentlich ganz wild. Den finde ich nice. Ich habe keinen Plan, wie der fit ist, aber wir haben da sehr viel Distress. Ich mag die Waschung sehr gerne. Ich glaube, der hat so einen leichten Cropped Fit. Den finde ich persönlich sehr cool. Es gibt den da noch, aber ich finde den vorigen besser. Den da. Den finde ich cooler. Der ist eigentlich... Ah, jetzt sehen wir da auch ein bisschen was. Der ist wild. Der ist wild. Kann man schon mal machen. Für 110 Dollar. Das sind wahrscheinlich mit Versandkosten dann auch 110 Euro. Was? 65,12 Euro? Das kann nicht stimmen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich wirklich zahle. Ah, okay. 125 US-Toll. Den packe ich jetzt ein. Und damit ist es durch. Thank you, Max. Perfekt. Super. Erster Cop erledigt. Meinung zu Fred Perry. Aktuell nicht so mein Fall, aber wenn ich ein cooles Ding von Fred Perry sehe, dann schlage ich auch zu. Jetzt kommt's. Jetzt wird es eskaliert. Ich zeige es euch jetzt noch gar nicht. Die Seite heißt StarMoe. Okay, okay, okay. Seid ihr ready? Nein. Keine Sorge. Ich kaufe mir nicht so eine Lederjacke, sondern es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Ihr werdet es jetzt eskalieren und euch fragen, ob das wirklich mein absolute Ernst. Ich will diese Brille. Ich will diese Brille haben. Die kostet 20 Dollar und ich wollte unbedingt, ah, ich zeige es euch. Diese Brille hier, die ist zu krank. Die ist so gestört. Die wollte ich, das war ein ewiges Grail von mir, aber die kostet einfach 3000 Dollar. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst irgendwo fort in Foga oder was weiß ich, hast ein bisschen was getankt, setzt die Brille kurz ab, legst das weg und die ist weg. 3000 Euro. Einfach weg. Fix nicht. Ich gebe keine 3000 Euro. 550 Euro für die Gucci-Brille war schon way too much. Und die kostet halt einfach 20 Dollar. Da brauche ich nicht überlegen. Und selbst, wenn die Kacke ist so, für ein Foto oder wenn ich ab und an mal Bock habe, reicht das. Nehme ich fix. Passt zu deinem Charakter, Bro. Ja? Mit Ecken und Kanten. So. Die nehme ich jetzt gleich mal mit. Oha. Versand einfach 17,27 Euro. Versand einfach genauso teuer wie die Brille. 40 Euro. Kann man machen. So. 7 bis 21 Business Days. Erledigt. Das geht ja schnell. Das heißt, zwei Sachen haben wir schon. Bro bald zu Emos. For real. I don't know. Keine Ahnung. Ich sehe mich nirgends drin in keiner Nische. Ich mache jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Und wenn mir Dinge gefallen, dann gefallen mir die. Unabhängig davon, was andere Leute darüber sagen könnten. Also, ich sage euch mit den Fingernägeln, dadurch, dass ich da nochmal so viel Push dagegen bekommen habe, scheiße ich nochmal auf alles. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil man kann es sowieso keinem recht machen und warum sollte ich auch. Wenn ich es fühle, fühle ich es. So. Dann habe ich hier noch. Mich ärgert es, dass ich diese Yves Saint Laurent Jacke nicht mehr bekommen habe. Sage ich euch ganz ehrlich. Da finde ich die Kappe. Genau, wegen dieser Kappe wollte ich schauen. Die finde ich nice. Die gibt es in Schwarz, Grey und so einem White. Welche Farbe würdet ihr nehmen? Ich würde sagen Grau oder Weiß. Ich würde fast Grau sagen, würde da auch irgendwie nice kommen mit Tabula Rasa dann. Sold out, da steht eh sold out. Okay, ja dann Entscheidung abgenommen. Add to cult, dann können wir eh nur mal Weiß nehmen. Wir haben wilde Caps eigentlich. Zack, Checkout. 30 Euro zahle ich jetzt. Oha, alles in allem. Aber scheiße. Versand kostet fast so viel wie die Cap. Das heißt, ich zahle jetzt 61,84 Dollar. Sind 55 Euro, ja komm. Continue Payment, Complete Order. Passt, Order erledigt. Dann schauen wir weiter. So, eine sehr nice Seite. Also eine gute Alternative zu Farfetch, Leute. Da habe ich ein, ich will gleich mal zu diesem einen Shirt gehen, was ich gesehen habe. Die Marke heißt LMC. Die haben ein Long Sleeve, beziehungsweise so ein Eishockey Shirt. Das fand ich persönlich extrem nice. Das will ich unbedingt haben. Das kommt safe in den Warenkorb. Das da. Krank. Krank. Das ist sowas von nice. Fit habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Fit ist, vielleicht passt es an mir einfach besser. Gehe davon aus, dass es mir einfach besser passt. Aber das Ding ist gestört. Absolut mein Fall. Sowas von Add to Back. Achso, das ist eine Size. Oder wie? Okay. Add to Back. Zack. Sind wir schon drin. Dann gehen wir nochmal auf All New Arrivals. Das sind, da haben wir jetzt halt alles dabei. Okay. Stussy Shirt. Ja, ja, naja. Das Hemd. Ich habe auch ein bisschen Bock auf so Kurzarmhemden. Ist nicht so schlecht, aber fühle ich nicht zu 100%. Oha, wilde Nikes. Ja, kommt's. Wir schauen jetzt auf Bucketheads. Bucketheads fühle ich in letzter Zeit extrem. Kleiner Spoiler. Bei MMRotica wird auch ein Buckethead. Ich habe schon ein Sample auf Instagram gezeigt. Mit Stacheldraht rundherum. Kommt da noch ein nice Stitching drauf. Ich sage jetzt noch nicht zu viel, aber der wird auf jeden Fall auch sehr, sehr wild. Habe ich gemeinsam mit einem Künstler aus Berlin gemacht. Cap. Fucking Rabbids. Ja, I don't know. Hm. Ja. Ich finde das Logo ganz cool. Ich mag das Stitching vorne. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich hau es mal rein. Wir können es immer noch rausnehmen. Zack. Gehen wir zurück. Buckethead habe ich gesagt. Ja, so washed-mäßig wird dann der Buckethead bei MMRotica. A cold wall. Auch mit wilden Bucketheads. Aber ich mag diese Form nicht. Wie so ein Kochtopf. Das ist nicht... Buckethead soll für mich auf die Seite gehen. Ich will bei einem Buckethead mich so ein bisschen verstecken können. Ich will ihn aufsetzen und den Schirm so ein bisschen runterziehen. Dann fühle ich mich einfach inkognito, wenn ich draußen unterwegs bin. Ah, der Aero mit einer ganz wilden Form unterwegs. Das sind jetzt gar nicht so viele Bucketheads, wie ich gedacht habe. Burberry hat einen. Heron Preston. Ja, das ist mir einfach too much. Ständig mit diesen... Wobei, diese Caterpillar-Geschichte, die jetzt rausgekommen ist bei Heron Preston, die fühle ich. Da gibt es so ein Shirt. Finde ich ganz nice. Oha. Schaut sich den mal an. Schaut irgendwie aus, wie so ein Plastikkübel, der kaputt gegangen ist. Hemden wären ganz cool. Schauen wir mal, was die an Hemden haben. Das finde ich aber ganz cool. Auch zu teuer, 900 Euro. Aber das ist so ähnlich, wie dieses Ding, was wir krabb im Umstyling angezogen haben. Okay, ich zeige es euch nochmal. Wären wir auf 231 Euro. Ja, ich lasse das noch offen. Wir schauen jetzt mal ins Sale. Ferragamo-Gürtel. Ich bräuchte eher... Ich habe immer nur diesen Gucci-Gürtel. Gürtel, 225. Mal wieder einen schwarzen. Eigentlich ganz nice so. Ich hau den mal rein in den Warenkorb. Nachher können wir immer noch schauen. Ich markiere das mal als Stern. Ah, da haben wir es. Leute, 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 Leute. Diese Dinge habe ich markiert. Welchen Sneaker findet ihr nicer? Den da von Off-White finde ich schon auch ganz cool. Von oben die Form schon sehr, sehr wild. Oder den von Enterprise Japan. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde den Off-White nicer. Klar, der ist günstiger und so weiter. Mit diesem Dunkelgrün schon wild. Aber jetzt ist halt 450. Ich werde auf jeden Fall das Hang-Tag runtergeben. Das fühle ich gar nicht. Ich hoffe, dass da noch weiße Laces dazukommen. Ansonsten nehme ich irgendwelche anderen. Also auf einem Schuh weiß und auf dem anderen grün. Fände ich schon ganz cool. Ja, ich finde den schon cool. Ich bin dabei. Okay, in den Warenkorb. Let's go. Holst du dir halt wegen Justin in den Off-White? Ja, ja, safe. Off-White kannte ich davor nämlich noch nicht. Und habe ich dann bei Justin gesehen. Und deswegen hole ich mal jetzt. Brauche ich unbedingt was von Off-White. Zack, ist mal drin. Sind wir bei 450 Euro. Ich würde Hemden gerne schauen mal. Einfach auf Spongebob-Fan. Spongebob würde auch sein Hemd tragen. Sage ich euch. Bikini-Button 2.0. Ja, ja, das habe ich überlegt von Jacke Müs. Das hatte ich mal als Favorite drin. Aber du schaust aus wie Bernd das Brot damit ein bisschen. Das Amiri-Hemd. Eher auf schlicht. Erinnert mich so ein bisschen. Wenn man die zwei Dinge kombiniert, hat man das Represent-Hemd, was ich da hinten habe. Das ist schon eher mein Fall. Was sagt sie zu dem Hemd? Bowling-Hemd. Finde ich ganz cool. Ich hau es mal in den Warenköpfen. Wir können es nachher immer noch rausgeben. Weiß ich noch nicht, ob ich es nehme. Das ist nicht schlecht. Hemd mit Graffiti-Print. Ich finde das ganz cool. Gibt es das in meiner Größe noch? Ja, safe. Hauen wir es in den XL rein, oder? Würde ich auch sagen. Let's go. Das nehmen wir mit für 104 Euro. Und es ist ein cooles Design. Und in schwarz passt überall dazu. Gucci. Ich sehe das Hemd. Denkt man nice an. Es ist wieder von Gucci. Okay, Lara hat da einen Link rein. Prada. Na, das ist ewig alte Season. Und überzeugt mich jetzt nicht zu 100%. Das ist, na, das Ding ist vorbei, finde ich. Aber danke für den Vorschlag. Da hätten wir was von Off-White. Da haben wir halt wieder die Skelette. Die catchen mich aktuell extrem. Aber ich will ein Kurzarmhemd. Das finde ich aber sehr cool. Das finde ich wirklich nice, das Hemd. Palm Angels. Oha, einfach 1000 Euro. Finde ich ganz cool. Chat, was meinst du hier? Das finde ich eigentlich ganz nice. Erinnert mich auch an die Jeans. Ja, deswegen. Es erinnert mich an die Jeansjacke, weil das fast das gleiche Design ist. 1000 Euro. Wird das jetzt 300 kosten? Oder 500 hätte ich es geholt. Aber 1000 Euro über drei, Bro. Kleidung. Hosen. Da wollte ich noch reinschauen. Ach, komm, wir schauen bei Jeans. Ich will was finden, Leute. Es ist irgendwie schwierig heute. Oha, auf wilde Schlaghose. Da kannst du einfach mit Snowboard-Boots gehen. Kein Problem. Wir gehen jetzt zu Accessoires drauf. Oder Schmuck. Gesamter Schmuck. Die Elix-Kette. Die hat es mir angetan. Und zwar diese halbtransparent, halbgoldene. Das war die, die ich mir bestellt habe. Dieser Joker da. Der hat mir einfach nicht gepasst. Die finde ich zum Beispiel ganz cool. Und die gibt es auch mit so goldenen Dingen drin. Und ich erzähle euch gleich, was ich vorhabe. Aber ich will zuerst mal die Kette finden. Die ist nice. Die ist richtig nice. Da ist sie. Die. Oh, so gibt es die auch. Panzerketten-Joker halt. Will keinen Joker. Die da finde ich cool. Und die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Die gibt es einmal so. Silber. So. Also nur die sind transparent. Aber die gibt es dann auch so. Die ist krank. Und ich habe überlegt, diese Kette zu kaufen. Und dann vom Juwelier entweder die goldenen Glieder rauszunehmen und Silberne reinzumachen. Er hat mir auch schon gesagt, das geht. Oder halt eist out. Wäre halt auch gestört. Welche findet ihr besser? Zeige euch jetzt mal beide. Also entweder die oder die. Welche findet ihr nicer? Ich finde die nicer. Ich glaube, ich werde die nehmen. Einheitsgröße. Ich kaufe die in den Warenkorb. Zack. Die ist auch nicht so Joker-mäßig. Die ist etwas länger. Sehr geil. Okay, wir sind schon bei über 1000 Euro. Den Gürtel hauen wir auch raus. Oder nehmen wir den mit rein? Ich haue jetzt mal die Kette raus. Das ist schon im Warenkorb. Ich gebe den Gürtel. Ist halt jetzt die Frage. Soll man Gürtel mit reinnehmen? Wird nicht schaden. So kann man immer brauchen. Gürtel geht immer. Mit 1,337 Meter haue ich jetzt mal in den Warenkorb. Ich schaue mir jetzt mal meinen Warenkorb an. Ich sage euch was. Wir machen nochmal einen Shopping-Stream. Weil ich habe jetzt auch genug. Was geben wir alles raus? Was nehmen wir mit? Die Dinger haben wir jetzt mal. Auf Krampf mache ich jetzt nicht weiter. So. Wir haben den Gürtel. Jetzt sortieren wir nochmal aus. Wir haben die Kette. Wir haben dieses Hemd. Das ist ganz nice. Das nehmen wir safe. Wir haben die Off-White-Sneaker. Die will ich auch noch behalten. Und dieses Jacke-Müß-Hemd. Wisst's was? Wir packen alles ein. So schaut's aus. Weiter zum Bezahlen. Ich zahle jetzt 1521,60 Euro. Ganz schön teuer. Komm. Let's go. Jetzt kaufen. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Farfetch. Ich habe nicht mal mehr mein PayPal eingehen müssen. Was? Das ist jetzt einfach so abgebucht. Ich habe nichts bestätigt. Okay. Farfetch. Next Level. Chillig. Freunde, das war's von diesen Shopping-Streams. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Ding euch am besten gefallen hat. Welches ihr auf keinen Fall gekoppt hättet. Und was ich mir vielleicht beim nächsten Shopping-Stream holen sollte. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, bald ist es soweit. M.A.M. Tabula Rasa. Die Basics will ich nicht sagen. Aber die cleanen Shirts mit der besten Qualität, die ihr so finden könnt. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.